guten morgen und ja willkommen zur nächsten folge ich muss das immer ein bisschen leiser machen heute mal etwas falsch gemacht hätte ich schon gerne so recht auch mal so sie können ganz leise weg da wollen wir auch nicht zu laut haben was ist hier los gleich mal hier in angriff alter verwalter und auch noch von einem trauger total normal ganzen wildschweine ab echt klasse rein da wieder kommt ihr denn jetzt her ich darf danach einiges reparieren extra mal kurz hier auftanken so gegen dich komme ich ja vielleicht noch alleine an so jetzt noch du dann ist auch noch ein skelett so jetzt werde ich auch noch gerade genervt ist doch mal gut jetzt kurz ausruhen so genau komm her so jetzt noch du 2 toll gleich zu anfang hier so ein chaos alle meine wildschweine weg klasse echt klasse darf ich mir alles hier neu suchen meine wildschweine haben mich natürlich verteidigt so ist es nicht aber trotzdem habe ich einiges einstecken müssen da unten liegt noch ein bisschen was rum ich finde die effekte ganz schön laut gerade so und das ist halt der grund warum ich gerne steinwände gehabt hätte und deswegen wollte ich eigentlich auch in die krypta rein so 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 Vielen Dank. 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 Tür zu. Also ich nehme jetzt das Anbautool. Wo ist das? Da ziehe mir das jetzt einfach mal hier hin. Karotten. Wollen die mich verappeln? Warum steht das da jetzt so? Das stand da vorher nicht. Nein, ich habe nicht alle Karotten verbraucht, wie ihr seht. Es war nämlich vorher nicht ersichtlich, das mit diesem Pflanzen der Karotten sahen. Deswegen. Das war vorher nicht da. Deswegen habe ich mich nämlich so gewundert gehabt. So. Ach, jetzt ist es zu dicht. So, und. Fehlende Voraussetzungen. Okay. Gut. Also haben wir jetzt die Karotten-Samen. Ist hier irgendwas zu eng? Das ist bestimmt zu eng gesetzt. Falls ich nicht wieder entfernen kann. Gut, dann soll das jetzt mal hier in Ruhe wachsen. Lass mich da an die Kiste ran. Falsche Kiste. Okay. . Gut. Vielen Dank. 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 So... So... Oh... ... 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 gleich so viel. So, da lang geht es raus. 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 So, da geht es raus. So, daétaitas Modellkost. She's got a safe Keyjobs. So, da klappt es. So, da haben wir hier eine sauber. So, da gibt es raus und dann wird es raus. Der ayudet erwagen. Vielen Dank. Schön am Feuerchen. So.